so ok liebe feiten community ich habe ja hier von meinem freund nico gerade erfahren es gibt ja noch eine andere zettel und zwar handelt es sich hier um die challenge für bart träger für bart freunde warum trägt man ein bad das wollen wir jetzt herausfinden nico was hast du warum trägst du weil ich hipster bin du bist jetzt doch für mich ein total legitimer grund mehr muss ich nicht sagen ja hilfs doch ok wir schauen mal weiter ich bin ja hier nicht der einzige und nico auch nicht jetzt noch weiter das ist ja übrigens für unser program aufnahmestudio sehen wir alles alles sehr dunkel sieht gerade so da kommen wir zum nächsten ronnie du bist hier bahträger nummer drei warum trägst du bord bei der mutter deine mutter nicht weil ich jetzt nicht weiter hilfst du bist mann das war so gut geplant und jetzt hier ist es so eine quere nein ok wollte ich nicht weiter stören also wie ihr seht er sind keine hilfs nein ronnie sagt von sich er ist kein hilfstern und dann wollen wir ihm das glauben nico hat zu ihm er ist ein hilfstern 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 also du bist hilf so hier ist der proberaum für jemanden den es interessiert hier wird fett ab geblust was das zeug hält ja und hier ist unser pfeifen stammtisch immer so schön erkennen ja die einigen von euch oder einige andere leute kennen sicherlich hier auch mal ein paar fotos die wir reingesetzt haben das war es eigentlich schon ach warum trage ich ein bord hipster bin ich jetzt nicht ich bin glaube ich einfach nur zu faul mich zu rasieren das ist es glücklich gut ok dann wünschen wir allen bord trägern viel spaß mit ihrer beharrung ist ein horridor bord frei bord und bord und bord und bord und bis dann